Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Be You Within, You Within, You Within, You Within, Maus geh aus dem Bild, so. Alter, jetzt Freunde, ist ein richtig schwerer, oh meine Nase, richtig schwerer Part. Boah, da sind zwei absolute riesige Gestalten, die auf uns warten. Da hat dann noch so ein kleiner, aber der ist jetzt nicht das Hauptproblem, auch wenn er nervt. Und die müssen wir jetzt killen, um ein Tor zu öffnen. Ja, das ist unsere Aufgabe und diese zwei riesigen Gestalten, ich weiß nicht, wie viele die fressen. Aber ich hab's ja bisher keine, keine davon hab ich Daumen bekommen, keine einzige. Was allerdings voll geil ist, ist, dass wir drei Bolzen haben und jetzt gönne ich mir Explosivbolzen. So, jetzt lassen wir den hier erstmal herkommen, ja. Schaut, da hinten kommen sie schon, seht ihr sie? Zack. Ich will ja gar nicht zu dem hin. So, kommen sie hier rein. Naja, kommt mal hier rein. Alter, das sind solche Bastarde. Solche riesigen Bastarde. So. War schon mal gar nicht so steil. So, jetzt haben wir sie beide eigentlich vor und jetzt... Ich glaub, das hat gesessen. Alter, ich glaub, das hat richtig gesessen. Auf jeden Fall sind die... Alter. Irgendwo hier ist eine Bombe. Hier sind zwei Bomben. Ich nehm das mit. Da ist eine, genau. Die müssen am besten anschießen, wenn die vorbeilaufen. Ich glaub, das müsste gehen. Ich glaub, das geht sogar. Also, ich snack mir jetzt erstmal das da. Oh, geht nicht. Okay. Komm hierher. Kommt her zur Bombe. Boah, nice. Oh, yeah. Oh, yeah. So, jetzt zurück zu meinen... Na? Fuck. Komm, 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 komm. Diesmal schaffen wir das, ey. Diesmal schaffen wir das. Alter. Oh, nein. Nicht jetzt ne Pause. Und jetzt noch das da. Und jetzt... Der ist down. Und... Nein, der lebt noch. Der lebt natürlich noch. Natürlich. Oder? Ja, ja. Aber wir haben... Noch so ein Pfeil hier. Komm her. Komm her. Ich mach dich kalt. Ich mach dich kalt. Nicht so. Nicht so. Mit dem Snipergewehr. Stimmt. Das hab ich ja komplett vergessen. Oh, hier ist... Leute, in dem steckt der doch grad... Oh, mein Gott. In dem steckt der doch grad so ein... Oh, nein. Nicht... Alter. Ja. Ja. Geil. Geil. Das haben wir jetzt endlich geschafft. Sehr gut. War ja noch irgendwas... Cooles zum Aufnehmen. Das ist eigentlich schlecht. Weil wir haben gar nichts. Fast gar nichts. Aber hier ist irgendwie... Auch nix. Okay, dann öffnen wir das Tor jetzt mal schnell, bevor... Doch, dann liegt noch was. Dann... Am Ende des Ganges liegt noch was. Oh, und da ist die letzte Batterie, oder? Sieht so aus wie die letzte Batterie. So, jetzt gehen wir mal hier ganz... Mit der Musik bin ich einfach die Ruhe selbst, ey. Leute, das ist gar keine Batterie. Das ist... Okay. Hier können wir uns ausrüsten. Kein Gegner. Aber hier was zum Schalten. Sehr gut. Wir kommen zu einer Tür, wo der Schalter jetzt eben aktiviert werden kann. Und... Nein, 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 nein. Warten. Warten, warten, warten. Bis das Ding runterknallt und dann erst durch, wenn es eben wieder hoch geht, weil... Keine Ahnung. Oh, komm. Knall wieder runter. Es knallt gar nicht runter. Okay. Okay, cool. So, komm, ey. Endlich beim Schalter. Endlich. Lange Gänge. Ich liebe lange Gänge. Oh, nein. Nicht schon wieder. Alter, das ist so... Diese Bestie, ne? Ist so... Da klettert sie hoch. Seht ihr das da, wie sie... Ich kann auch noch klettern. Das ist eine absolut ekelhafte Spinne des Todes. Äh... Ich hab keine Ahnung. Lauf einfach. Einfach laufen. Okay. Hier geht's zurück zur Base. Wir müssen scannen. Lol. Wie, ich kann da nicht scannen. Da kommt doch die Musik her. Aber der Spiegel geht nicht. Oh, nee. Ey, ihr wisst gar nicht, wie viele Erfahrungspunkte wir mittlerweile zum Skillen haben. Das sind so viele. Aber es dürfen nicht. Fucky, fucky. Nein, das ist wie diese Spinnenfrau. Alter, das ist... Ekelhaft. Ekelhaft. Alter, ist das... Ich dachte, die haben wir gekillt. Die haben wir doch auch gekillt. Alter, die läuft doch... Uah. Alter, kriegt man... Kann ich das nicht unter Strom setzen oder so? Alter, ist das eine ekelhafte Scheißvie... Lol. Geh da durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kletter da durch. Alter, 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 alter. Ich will nicht. Was hast du jetzt gebracht? No, äh, was? Hä? Oh mein Gott. What the fucking shit was seht ihr gerade? Kick us. Einfach laufen, 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 laufen. Da ist sie noch aufsnacken. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geh da lang, da lang, da lang. Oh mein Gott. Geht aus meinem Blick. Alter. Ich hab so Gänsehaut. Ich krieg einfach so Gänsehaut, wenn ich diese Spinn-Drecks wie ich seh. Das ist einfach... Wir haben es doch gekillt, ey, oder nicht? Also zumindest hat es gebrannt ohne Ende. Jetzt läuft das hier wiederum. Das kann ich nicht wahr sein, ey. Und ich laufe und laufe. Hm. Was kann ich hier machen? Vorher sieht gar nicht so verkehrt aus hier, muss man sagen. Ja. Alter. Was ist jetzt mit der Kamera los? Ich will da lang. Ach da... Okay, und wie komme ich da jetzt durch? Äh... Hä? Okay, ich hab den Schalter betätigt. Nichts ist passiert. Doch. Da ist ausgegangen. Cool. Was ist das hier? Hm. Kein Plan. Da kommen wir auch nicht rein. Okay. Alter, dieses Spiel ist so krank. Schaut mal, wie viele Erfahrungen wir haben. Ich hab das gerade gesehen. Hier. Wir haben zwei Schlüssel und 20.800 Erfahrungspunkte. Und wir können sie nicht einsetzen. Weil hier kein gottverdammter Spiegel ist, nur dieses Feuer. Kannst du jetzt noch bitte ausgehen? Oder gibt's hier irgendwo mal? Hab ich was übersehen? Nee. Was dauert das denn so lang? Hä? Komisch. Was, wenn ich da wieder zurücklaufe? Geht nicht auf. Okay. Hä? Okay, warum... W-w-w-w-w-w-w-w-w? Ah! Aha! Sherlock Holmes hat wieder zugeschlagen. Oh Mann. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh nein. Hebel. Hebel! Hebel! Was hab ich getan? Oh mein fucking... Gott, steh mir bei! Ah! Und geht das nicht aus? Nein. Nein, geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Oh mein Gott. Es ist aus, es ist aus, es ist aus. Okay. Hoch, hoch, hoch. Alter. Oh mein... Gott im Endeffekt. Renn weiter, renn weiter, renn weiter. Ich hasse dich, du verkackte, hässliche, beschissene, Spinnen-Kackfrau. Oh nein. Diese... Alter. Dieses Design ist das... Alter, 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 alter. Zum Glück krabbelt das nicht plötzlich so schnell auf einen Zuheil. Das wäre so mega... Oh Gott, es tut es doch. Ich bin hier beim Feuer. Komm, Feuer, geh doch aus, du häss... Okay, es ist aus, es ist aus. Soll ich hier rein? Ich hab keine... Oh fuck. Lol. Hä? Da. Nicht mit dem. Okay, 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 okay. Ich krabbel jetzt schon wieder rum. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Alter. Alter. Meine Nase juckt. Alter. Bist gänsehaut, ey. Macht keinen Spaß gerade. Macht absolut keinen Spaß. Aber schöner Checkpoint, man. Kann ich dir nicht einfach abknallen. Na ja, komm, teleportier dich ruhig rum, du hässliche Scheißfratze, ey. Aber komm her. Lol. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Ach da. Die kann man killen. Ich weiß, dass man sie killen kann. Ich teleportier mich mal. Ja, ja, ja. Aber irgendwie will die hier einfach nicht sterben. Vor allem, ich habe einen Plan. Der ist sehr riskant. Aber der könnte sie töten. Er könnte. Hat sie nicht getötet. Hammergeil. Alter, wie soll ich denn den Hebel aktivieren, mit dem hier rumläuft? Wie so ein... Hier aktivieren. Oh, wo ist der Hebel? Ah! Nein, nein, nicht jetzt. Die Ausdauer nicht jetzt. Wo ist der Hebel? Jetzt habe ich... Alter, ich habe mir voll aus den Augen... Alter, ist das eine. Kann ich den irgendwie nicht mit meinem Ding hier irgendwie... Alter. Wo ist der Hebel? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Granaten. Lass die Bastardfrau killen. Viel Spaß damit. Lol. Das überlebst du nicht. Das hat die überlebt. Ja, sicher. Aber schaut mal, wie die läuft. Schaut mal, wie die läuft. Schaut mal, wie die läuft. Schaut mal, wie ich laufe. Ich laufe genauso scheiße. Gönn dir eine Spritze. Gönn dir schnell eine Spritze. Die schleppt sich nur noch daher. Die verkackte, beschissene, kleine Bitch. Alter, jetzt habe ich keine Muni mehr. Doch, ich habe noch eins. Ich habe nur einen Sniper-Schiss. Alles in die reinpuppen, bis die down geht. Ich glaube, die ist unsterblich. Mir wurde gesagt, die ist nicht unsterblich. Aber ich kriege die nicht down. Ich habe auch keine Muni mehr. Im Nahkampf mit der. Es gibt nichts Dümmeres. Haben wir hier noch irgendwas? Doch, da liegt was. Da liegt was. Und ihr seht, wie angeschlagen. Alter, ich habe so den inneren Drang, die zu killen, ey. Ich habe so einen Drang, die zu killen. Komm her. Ja, ja. Komm her. Sehr gut. So, jetzt kann ich hier in Ruhe her. Bitte gib mir Schrotzen, Muni. Ach Gott, ey. Ist das eine Drecksscheiße. Ich stirb jetzt endlich. Ich teleportiere mich, weil ich cool bin. Ey. Nicht machbar. Nicht machbar. Wo ist jetzt? Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Gibt es mehr. Das Pistolen, Muni. Komm her ins Feuer. Alter. Ich weiß, weil auch überhaupt nicht. Wie man diesem Feuer letztendlich vorbei soll, ehrlich gesagt. Ich hab. Hat doch da. Alter, ist der Hebel. Okay, ich werde den aktivieren. Verpiss dich. Verpiss dich. Alter, du kleine, verkackte, hässliche Frau, ey. So. Was hab ich jetzt gemacht? Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Noch ein zweiter Hebel, ne? Ja. So, jetzt vielleicht. Jetzt ist ausgegangen, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ne, noch nicht. Irgendwo muss hier noch ein Hebel sein. Alter, alter. Alter. Irgendwo. Der geht weg von mir, du. Boah, ich hasse sie. Ich hasse sie wie die Pest. Da. Da muss irgendeiner sein. Da. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Jetzt lauf doch weiter. Okay. Ganz ruhig. Wie viel Speicher ist noch auf der Kamera? Genug. Die ist nicht zu töten. Also offensichtlich nicht. Denn wir haben alles in die reingepumpt, was wir hatten. Und das war eine ganze Menge. So. Jetzt machen wir das hier einfach ganz fein säuberlich. Fuck. Doch, ich hab's getroffen. Ich hab's getroffen. Boah, geh weg von mir, du Drecksteile. Du bist so eine beschissene Essliche. Okay, komm. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, 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 ja. Okay. Alter, jetzt geht der Spaß hier in die nächste Runde. Ich wollte mich verarschen. Ist das der ihr Ernst? Ist das der ihr Ernst? Alter. Verkackte. Da warst du zum Heilen. Da ist ein Hebel, da ist ein Hebel. Aktivier den Hebel. Alter, ich bin so im Arsch, ey. Wo ist der letzte Hebel? Alter, wie gedamaged die auch ist, ne? Alter, die kannst... Wie viel Dämp... Alter, die hält doch nix mehr aus, ey. Die kann sich doch kaum auf dem Bein halten. Und plötzlich kann sie wieder rennen. Die verkackte, kleine... Beschissene. Alter, ich kann nicht mehr rennen. Ich brauch Heilung. Ich brauch einfach Heilung. Gib's dir. Ich hab das Gefühl, die verkackte kann sich irgendwie regenerieren oder so einen Scheiß. Und was bringt das eigentlich? Diese Leichen da anzuzünden. Kann man jetzt aktivieren nochmal. Ich brenne. Alter. Komm, geh... Ja. Lol, die hat sich einfach durchgeportet. Ja, sicher. Die hat sich niemand angezündet. Alter, wo sind die letzten Dinger? Machen wir jetzt endlich einen Abgang. Da war Heilung, da war Heilung. Oh, fuck. Nein. Ey, die stirbt nicht, ey. Oh, es ist offen. Es ist offen. Es ist offen. Lauf. 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 Oh, 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 oh. Für wen hältst du dich? Ich weiß, wer du bist, Sebastian. Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest. Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Joseph konnte es nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer, du gehörst mir und ich werde dich benutzen. Okay, Freunde. Fürs Erste ist diese verkackte Spinnfrau weg. Man kann sie irgendwie nicht töten. Auch wenn man sieht, dass sie Damage nimmt, die geht einfach nicht drauf. Irgendwann wurde mal der Tipp angezeigt, sie können die Dings jederzeit irgendwie töten. Aber das war gerade eben wieder Ruvik. Wir haben absolut keine Munition. Ein bisschen was hier mit dem Scharfstützengewehr. Leben aber auch nicht. Granaten haben wir ein bisschen. Ja, geil. Wir haben noch nicht mal Kapitel, war es, ist jetzt Kapitel 10 zu Ende oder kommt da noch was? Ich hoffe doch, dass das jetzt hier das Ende war. Ah, wir sehen wieder in dem Haus. Scheiße, schon wieder hier. Okay, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oder? Also es kann sein, dass die Facecam jetzt gleich aufhört. Ich will aber noch davor laufen. Weil wir müssen eigentlich Kapitel 10 jeden Moment beendet haben. Ich laufe jetzt hier einfach nochmal durch. Weil es sieht aus, als müsste man ja einfach nur gerade auslaufen. Zumindest ist hier alles so schön offen gemacht. Und ich höre hier schon was. Dark, was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten. Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden Sie ein weiteres Monster erschaffen. Ich hab für sowas keine Zeit, Detective. Ich auch nicht. Leslie war schon einmal hier. Und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Wundervoll. Und was hat das mit all dem hier zu tun? Es ist unser Weg raus, Detective. Unser einziger Weg zurück. Dieses Geräusch. Nein, es funktioniert. Gott sei Dank, es funktioniert. Leslie, alles okay? Es sollte doch. Warum hat es nicht? Das ist es. Deshalb... Doktor, weg! Er will dasselbe wie wir. Er... Er will raus. Oh mein Gott. Ich würde sagen, das Experiment super geklappt hat. Alter, ist das crazy. Das ist echt krass. So langsam, also wie gesagt, Facecam sitzt irgendwie zu Ende. Die beendet bei mir irgendwie immer nach einer gewissen Zeit. Es ergibt langsam, erschließt sich das Ganze. Wir sind praktisch wirklich in dieser Parallelwelt und... Äh... Ja, und ähm... Man hat wirklich gesehen, wie so die Fassade sich geändert hat. Wie wir uns praktisch in der realen Welt befinden irgendwie. Aber uns praktisch vorgegauckelt wird. Wir wären in dieser Albtraum. So habe ich das bisher verstanden. Ich freue mich tierisch auf die nächste Folge. Mir wird sicher richtig geil. Aber für heute war es das bei meiner Aufnahme. Es ist ja...